Thank God it's Friday, Cruising with Charles Shaw. Ich habe gesagt, ihr kriegt mich nicht los. Jetzt habe ich einen Künstler gekommen, der heißt Julian Flieger aus Frankenthal. Ein junger Künstler, Nachwuchs, aber genial. Ich habe den Jungen gesehen und habe gesagt, kannst du mit mir cruisen? Und er habe gesagt, ich cruise mit dir. So, Leute, der kommt zu mir jetzt. Hey, Mann. Servus. Servus. Wie geht's dir, mein Freund? Mir geht's gut und dir? Ah, gut, 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 gut. Haben wir uns gutes Wetter heute ausgesucht. Ah ja, auf jeden Fall. Ich schneide mich auch noch kurz an. Genau, das ist sehr wichtig, Julian. Sehr wichtig. Erzähl mir was von dir. Du machst wie lange Musik? Oh, ich mache schon echt lange Musik. Also, so bestimmt schon, seit ich klein bin eigentlich. Okay. Und so richtig jetzt mit Konzerten und sowas, dass ich jetzt mal selbst spiele, so um die drei, vier Jahre. Okay. Ich habe ein paar deiner Videos gesehen. Hat dir gefallen. War gut. Sehr interessant. Das freut mich. Habst du auch Straussenspiels gemacht, gell? Auf die Straße viel. Da habe ich sogar angefangen damals. Hast du angefangen? Ich mache es immer noch zwischendrin. Immer wenn ich Lust habe, gehe ich ein bisschen auf die Straße. Aber es ist schön, gell? Ja, es ist die beste Schule für einen Musiker. Das ist die beste Schule. Ja. Da hast du jeden Mann vor allem, überall der Welt, wo der Lauf dir entgegen läuft. Und man verliert jede Hemmung. Das ist auch wichtig, ja. Wenn ich jetzt auf Bühnen stehe, bin ich aber frei. Weil da kommen die Leute wegen dir. Auf der Straße kann es sein. Wer weiß, ob man es hören will oder nicht. Ja, natürlich. Ich meine, auf der Straße ist es ein ganz anderes Spiel. Auf der Straße ist es ganz einfach, die Leute sind nicht geschwungen. Genau, ja. So ist es. Die laufen vorbei und da zeigst du, wo dein Talent ist. Und einer bleibt stehen. Oder vielleicht sogar mehrere. Oder mehrere. Dann weißt du, du tust was Gutes für die Menschen. Genau so ist es. Und man muss ja nicht jeden erreichen. Solange es ein paar Leuten gefällt, hat man schon sein Ziel erreicht. Man kann nicht jeden erreichen. Wegen Nummer eins. Jeder hat seine eigene Geschmack. Genau. So. Und es ist Musik genug da draußen für jeden. Deswegen ist meine Plattform. Thank God. Es ist Friday Cruising with Charles Shaw. Diese Plattform ist nicht nur für Soul Pop. Meine Plattform ist für jede Künstler. Jede Künstler wo sagt, ich bin gut. Ich traue mich. Ich traue mich auf jeden Fall. Das ist das. Okay. Meins heißt, thank God. Es ist Friday Cruising with Charles Shaw. Mein Freund. Let us cruise. Und du zeig mir, was du drauf hast. Der Song heißt, wenn die Welt am Boden liegt. Das ist ein eigener Song von mir. Oh, okay. Zeit, wie es geht. Julian Flieger und der Volvo XC90. Die Welt am Boden liegt. Die Welt am Boden liegt. Die Welt am Boden liegt. in die Welt am Boden liegt. Oh, okay. Wir wollen ihn halten und heilen. In die Welt sind die Welt. Ich fühle mich frei. Und mit der Weise. Ich fühle mich frei von all dem Schmerz. So viele Wunnen trägen mein Herz. Wir sind Zugast auf dem Planeten, müssen irgendwann weiterziehen So viele krankhafte Gedanken, böse Ideologie Du versteht hier endlich, dass der ganze Krieg euch gar nichts bringt Dass der Teufel aus der Hölle schon mit seinem Dreitag wehnt Das böse und selbe Sieg Ich bin nicht frei von der lieben Schmerz So viele Wurz rieken mein Herz Die Erde ist zum Leben da, so sinnlos es euch scheint Es ist egal, dass wegen eurem Scheiß, was um die Erde weint Ewiges Leben wird so leben Sag mir, hab ich euch schockiert, wenn die Welt wird zu überleben Werte Menschheit, die Gebieten, wenn die Welt am Boden liegt Das böse und selbe Sieg Ich bin nicht frei von all dem Schmerz So viele Wurz rieken mein Herz So viele Wurz rieken mein Herz Go hey, go hey, go hey So viele Wurz rieken mein Herz 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 Wow So viele Wurz rieken mein Herz Das ist das starke Stück Das ist das starke Stück Das passt auch Das ist der einzige Song, der schon auf YouTube vorhanden ist Also den kann man sich angucken Julian Fiege, Wenn die Welt am Boden liegt Und ich habe noch ein paar andere Stücke, die kommen jetzt so nach und nach. Okay. Ist das einer von deinen lieben Stücken? Ja, das ist eigentlich auch der zweite Song, den ich überhaupt jemals geschrieben habe. Und der trifft halt den Nerv der Zeit so ein bisschen, weil viel nicht so gut läuft. Aber irgendwo hast du irgendwas drin, wo ein bisschen Leaster in deinem Leben? Ja. Oder? Ja. Irgendwo hast du ein Stück, wo es passt mit der Sonne. Willst du es noch haben? Ah, jo. Eine geht noch. Einer geht noch? Eine geht noch. Ich krieg noch eine Zugabe hier sogar. Ja, ja. Eine geht noch. Soll ich einen eigenen Song machen, meinst du? Oder ist es egal? Du kannst einen eigenen Song machen oder du kannst einen... Möchtest du? Das, was du willst. Kann ich machen, Cover. Okay, zeig mir, was du drauf hast. Außer deine eigenen Stücke. Ja. 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 Sehr gut, Mann. Sehr gut gemacht. Sehr gut gemacht. Ausgezeichnet gespielt, muss man sagen. Junge, Marc Weide. Mach ich auf jeden Fall. Marc Weide. Wo ist dein nächster Auftritt? Mein nächster Auftritt ist am Freitag sogar. Wo? Ich spiele in Karlsruhe für ein Kinderhospiz. Also für den wohltätigen Zweck sozusagen auch noch. Auch was Schönes. Und dann spiele ich am Samstag in Vorzeigen. Da habe ich eine eigene Jump Session. Du bist natürlich auch gerne eingeladen, wenn du Zeit hast, wenn du gerne vorbeikommst. Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Wer kommen hier kann gerne kommen. Ich weiß jetzt leider die Location nicht. Aber was findet man auf meiner Seite auf jeden Fall? Auf jeden Fall. Ich wünsche dir viel Erfolg. Vielen, vielen Dank. Marc Weide. Lass niemand um nichts dich aufhandeln mit dem, was du liebst. Und du magst es gut. Vielen, vielen Dank. Meine Damen und Herren. Ihr kriegt mich nicht los. Dank Gott, es ist Friday cruisin' mit y'all. Ciao. Heute haben wir gecruised mit Julian. Der junge Mann aus Frankenthal. One love. Danke dir. Wir alle hier. Ciao. Ciao. Ihr kriegt uns nicht los. Dein Gettingthal. Wir gehen, wir gehen nicht los, oder?